Ich bin mit ihnen geflogen in der ersten Klasse, hab meine Energie in diese Disketten reingeschickt, die sind in Moskau gekommen, da war nichts mehr drauf. Seit Januar ist Uri Geller wieder da. Seine Show The Next Uri Geller bringt ihn wieder in die Schlagzeilen. Gebannt machen Zuschauer bei seiner Show mit. Doch die Medien reagieren kritisch. Etwa zwei Wochen nach seinem Auftritt bei Kerner versucht er sich mit einem Dementi seiner Fähigkeiten aus der Schusslinie zu bringen. Auf Kurs, Stefan. Natürlich habe ich keine übernatürlichen Kräfte. Geller spielt weiter mit dem Glauben der Menschen an paranormale Fähigkeiten. Und es funktioniert immer noch. Wie vor 30 Jahren bringt er alte kaputte Uhren wieder zum Ticken und verbiegt Besteck, als ob es aus Wachs wäre. Und er verwirrt mit seinen widersprüchlichen Aussagen. Es drängt sich die Frage auf, alles fauler Zauber, Uri Geller? Irgendwie ist es schon erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit Uri Geller dieses Metall zu verbiegen scheint. Wir haben ihn natürlich eingeladen in die Sendung, ganz offiziell, aber er hat uns abgelehnt, beziehungsweise mitgeteilt, dass Herr Geller uns nicht traut. Ich glaube, es hat nichts mit uns zu tun, sondern eher mit Ihrer Anwesenheit hier bei uns, Herr Randy. Weil Sie haben ja so eine spezielle Beziehung zu Herrn Geller. Warum kommt er nicht? Nun, vielleicht hat er Angst, dass ich den Leuten zeige, wie die Tricks funktionieren. Zeigen Sie uns doch mal, was der Herr Geller so mit den Löffeln anstellt. Das ist ganz einfach. Wissen Sie, ich bin 79 Jahre alt. Und ich sage Ihnen, ich kann all diese Löffel ganz ohne Hilfe in einer Hand halten. Aber wenn Herr Geller einen Löffel nimmt, braucht er dazu beide Hände. Da frage ich mich, warum. Nun, wenn er den Löffel in beiden Händen hält, ungefähr so, dann kann man ihn biegen. Oh, sehen Sie! Er ist schon auf ungesam Weise verwogen, der Löffel. Jetzt werde ich ihn noch stärker biegen. Sehen Sie her. Ich streichle den Löffel nur ganz leicht. Ah, sehen Sie, da biegt er sich. Jetzt sehen Sie sich diese Biegung an. Das müssen Sie uns kurz erklären, wie das funktioniert. Das ist gar nicht schwer. Oh, das ist ein Wunder. Sie haben mir immer die ganze Zeit in die Augen geschaut. Ich habe versucht, sie zu beobachten, ihre Hände beobachtet. Ich konnte aber leider nicht erkennen, warum sich der Löffel bei Ihnen verbiegt und bei mir nicht. Ich gucke Ihnen ja auch in die Augen und bin nett zu Ihnen. Das funktioniert, weil ich Sie in die Irre führe, Hendrik. Ich muss die Leute dazu bekommen, dass sie mir in die Augen sehen, während ich den Löffel biege. Und wenn ich den Löffel so halte, dann sehen Sie mir die Augen und ich habe den Löffel bereits ein bisschen verbogen. Und ich mache es wieder. Ich mache diese Bewegung und habe dabei den Löffel schon verbogen. Sie haben also... Ja, genau. Er ist schon leicht verbogen. Und wenn ich mit Ihnen rede oder mich etwas bewege... Oh, sehen Sie. Das heißt, es ist nichts weiter als eine schnelle Fingerfertigkeit. Ohne dass es jemand merkt, biegen Sie den Löffel so, wie Sie wollen. Ja. Und jetzt sehen Sie sich das an. Das ist wichtig. Man versteckt den Löffelkopf in der Hand und dann streichelt man ganz leicht über den Stieb. Gleichzeitig drückt man den Löffel ganz leicht nach oben. Und es sieht so aus, als ob sich der Löffel verbiegt. Die Wiegung sieht jetzt noch stärker aus, obwohl sich rein gar nichts verändert hat. Nur durch die richtige Art und Weise, den Löffel zu zeigen, schafft man die Illusion des Verbiegens. Aber nichtsdestotrotz, Herr Geller behauptet ja, dass er im Gegensatz zu Ihnen keine Tricks anwendet. In einem Interview hat er kürzlich noch gesagt, dass er, im Januar war das, über telepathische Fähigkeiten verfügt. Und in der Tat, immer wieder muss sich auch die Wissenschaft mit paranormalen Phänomenen herumschlagen. Ganz besonders heiß diskutiert wird dabei ein Fall. Es ist das Rätsel und das Medium Nina Collagina. Telekinese. Eine Fähigkeit, die wohl alle Menschen gerne hätten. Mit telekinetischen Kräften kann man zum Beispiel allein durch die Kraft der Gedanken eine Glühbirne zum Leuchten bringen, einen Tisch weben lassen, wie es Uri Geller in seiner Show demonstrierte, oder Streichhölzer in einem abgeschirmten Glaskasten bewegen. Ist es tatsächlich möglich, dass Menschen mit der Kraft ihrer Gedanken Gegenstände bewegen? Darüber streiten Wissenschaftler und Anhänger des Paranormalen. Wenn man sich die Forschungsbefunde zum Thema Telepathie, Telekinese, Parapsychologie anschaut, dann ist es so, dass keine dieser Behauptungen jemals einer ernsthaften wissenschaftlichen Überprüfung standgehalten haben. So ist es eben mit Gedanken, mit diesen Informationen, die sind auf einer Ebene, wo eben die Messgeräte sozusagen das nicht feststellen können. Der Fall der russischen Hausfrau Nina Collagina gilt als der größte Beweis dafür, dass Telekinese möglich ist. 1961 wurde Collagina von ihrem Mann gefilmt, wie sie Gegenstände in diesem Aquarium bewegt, ohne sie zu berühren. Seitdem ist die Welt bekannt. Doch kann so etwas überhaupt möglich sein? Folgt man den Erkenntnissen der Biologie, bestimmt unser Erbgut, wie wir aussehen. Das sehen Parawissenschaftler anders. Sie gehen davon aus, dass jeder Gegenstand von einem Informationsfeld aus purer Energie umgeben ist. Dieses sogenannte morphische Feld bestimmt, wie ein Gegenstand oder Körper geformt ist. Allein durch Gedankenenergie könne man diese Felder und damit auch alle Gegenstände beeinflussen. So lasse sich das Phänomen Telekinese erklären. Auch Nina Collagina soll mithilfe dieser morphischen Felder die Gegenstände bewegt haben. Und das soll laut Parawissenschaftlern so funktionieren. Das Gehirn besteht aus einer linken und rechten Hälfte. Die beiden haben verschiedene Aufgaben und arbeiten eigenständig. Durch Training würden linke und rechte Hirnhälfte miteinander verbunden. Dann könnte man mit Gedankenkraft Kontakt mit jedem anderen morphischen Feld aufnehmen. Und Gegenstände bewegen oder sogar verformen. Allerdings sind diese Felder bislang noch nie wissenschaftlich nachgewiesen worden. Russische Forscher haben viele Testreihen mit Nina Collagina durchgeführt. Erstaunlich jedoch, die Wissenschaftler konnten nichts finden, was auf einen Zaubertrick hinweist. Ein Beweis für morphische Felder, für übernatürliche Fähigkeiten? Alles Unsinn, meint der Skeptiker James Randi. Vielleicht glauben Sie, dass das hier übernatürlich ist. Die Russen haben das geglaubt und auch der KGB war überzeugt davon. Alle dachten, hier passiert etwas Paranormales. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube auch in diesem Fall war das ein einfacher Trick. Ein einfacher Trick soll die gesamte Weltöffentlichkeit und die Elite der russischen Wissenschaftler getäuscht haben? Kritiker sprechen von einem cleveren PR-Gag des KGB. Ich vermute, dass die KGB-Leute ganz genau gewusst haben, dass Collagina trickst. Dass sie aber diese Filme in den Westen lanciert haben, damit die Amerikaner auch Telepathie, Telekinese-Experimente machen. Und auf diese Weise ihre Ressourcen an Menschen, Geld und Material auf ein nutzloses Unterfangen verschwenden. Zur Erinnerung. In den Jahren, in denen die Telekinese-Versuche der Collagina veröffentlicht wurden, herrschte zwischen der damaligen UdSSR und den USA kalter Krieg. Kurz nachdem der Fall Collagina weltweit in die Presse kam, gaben die Amerikaner tatsächlich Millionen aus, um ebenfalls die Kraft der Gedanken zu erforschen. Ohne Erfolg. Dass es beim Fall Collagina auch ohne morphische Felder oder übernatürliche Kräfte geht, beweist James Randi. Das Geheimnis ist, dass um eines der Streichhölzer ein ganz dünner Faden gebunden ist. Das ist der, den sie zuerst hinlegt und die anderen Streichhölzer werden auf diesen Faden gelegt. Genau so. Und dieser Faden geht einmal um meinen Körper herum. Und was man jetzt nur noch tun muss, sich langsam vom Tisch wegbewegen und all diese kleinen Hölzer machen diese schöne Bewegung. Es ist nur ein einfacher Kindertrick. Ein dünner Faden wurde demnach zu einer extrem wirkungsvollen Propagandawaffe im Kalten Krieg. Der Fall Nina Collagina, der Jahrzehnte als größter Beweis für die Telekinese galt, kann so einfach entmystifiziert werden. Doch viele Forscher lassen nicht locker. Sie versuchen weiterhin die Existenz übersinnlicher Gedankenkräfte zu beweisen. So wie der Parapsychologe Roger Nelson, der seit 1998 daran forscht. Er meint die Kraft der Gedanken bewiesen zu haben. Und zwar mit Hilfe dieses kleinen weißen Kästchens. An etwa 70 Orten auf der Erde stehen diese Einheiten und senden durchgehend Nullen und Einsen im Zufallsprinzip an Nelsons Server in Princeton. Werden beispielsweise abnormal viele Nullen an einen Server gesendet, haben unsere Gedanken das Ergebnis beeinflusst, glaubt Nelson. Wenn man eine Münze in die Luft wirft, ist die Chance 50-50, ob sie Kopf oder Zahl anzeigt. Das kann man nicht beeinflussen.